Ja, es ist oft gar nicht so einfach zu unterscheiden. Es ist nicht untypisch, dass jemand, der Panikattacken hat, zuerst beim Hausarzt landet, weil er sich körperlich abchecken lässt, weil er denkt, mit mir stimmt etwas nicht. Ich neige vielleicht einen Herzinfarkt zu haben. Oder manchmal gibt es Leute, die denken, oh mein Gott, ich sehe einen Hirntumor, weil ich sehe schon Doppelbilder oder ich sehe schon komische Farben. Und dann beim Hausarzt sind und dann verwiesst er vielleicht zu einem Spezialisten. Und man findet dann vielleicht keine organische Ursache für den Zustand. Und ja, irgendwann stellt dann jemand vielleicht Diagnosenverdacht auf eine Panikstörung.